reutlingen herzlich willkommen es ist soweit reutlingen ihr habt einen ersten maultaschomat und zwar hier ist er ja es gibt in unserem maultaschenautomat richtig geile sachen nämlich ganz zufällig unsere produkte maultaschen im 10er park im 4er park vegetarische spinat ricotta und unsere dosengerichte jetzt ist für euch die frage wo steht der wo steht dieser maultaschenautomat den ihr jeden tag 24 stunden bedienen könnt wir sind hier der steht auf dem innerport gelände das neue innovationszentrum von reutlingen das ist das ehemalige gelände der firma willi betz das ist quasi im leise und adresse ist die max blank straße 68 ihr könnt hier reinfahren ihr wisst früher mark kauft da drüben der jetzt edeka da oben ist der heinrich schmid genau das steht da steht er auto kino war in der corona zeit wenn ihr hier rein fahrt innerport direkt hier an diesem gebäude steht er kommt vorbei ihr könnt euch jetzt tag und nacht leckere maultaschen von i love maultasch schnappen viel spaß damit beim maultasch